Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alice, ich bin Yoga-Lehrerin, Reiki-Meisterin und ich beschäftige mich auch mit Tarot-Karten. Ich freue mich, dass du da bist. Was ist die heutige Karte für den heutigen Tag? Natürlich, ja, diese Botschaft gilt ab dem Moment, wo du das Video anschaust. Jetzt ziehen wir eine Karte für den heutigen Tag. Ah, das ist eine wunderschöne Karte, die dich einlädt, das Leben zu feiern. Dich einlädt, ja, es sagt ja, hey, du hast ganz viel gesät in deinem Leben und jetzt ist die Zeit gekommen, um zu feiern, um zu zelebrieren, um dich mit guten Leuten umzugeben, um Zeit mit guten Seelenverwandten zu verbringen, um richtig auch Freude zu haben, feiern, tanzen. Ja, es ist auch eine Karte, die wirklich zeigt, du hast ganz viel gesät und jetzt darfst du ernten. Also eine wunderschöne Karte. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.